Haltor hat so viel gemacht für Saints Row 2. Loll! Gott, wer ist das? Junichi wird heute Abend in Kanto sein. Das ist unsere Chance für Revenge. Unsere Chance? Wer bist du denn? Ich hab grad gezuckt bei mir auf dem Motorrad. Bei mir hängt blöd die Animation hier. Ich schau die CD jetzt schon mal blöd zerkratzt. So, so, keine Ahnung. Du sollst die CDs pflegen, Mensch. Und nicht irgendwo ne Ecke werfen, du Depperl. Vati kannst du wie ein Held, aber... Deine CDs kannst du auch nicht pflegen, oder was? Das wär nicht. Was kann ich wie ein Held? Vati. Mann, verpiss dich doch! Was ist dein Ernt jetzt? Zum Thema hat die Oben Resten, aber das hat quasi ganz neu in Gefahr. Leider schuld. Wenn mir von der Motorrad springt. Kleider schuld. Wie er da reinrennt. Stirb mit Ehre. Bitte, was? Was? Das ist ein Endgegner. Er hat... Er hat sich aber den Schaden zugefügt. Ich brauche Hilfe! Ich geb dir da ich da hin. Wer hat mich? Es war's doch für dich. PENNER! Hätten wir das nächste Ende überlebt. Also total stumpf. Er ist vor Sushi fressen. Ist alles okay, Vater? Er ist tot, Shogo. Junichi ist tot. Und all I'm left with is you. Ist das so schlecht? Es ist peinlich, als du es jemals hätte. Vater, ich... Lass mich in Frieden, Shogo. Ich werde dich stolz machen, Vater. Ich werde das, was Junichi hat angefangen. Ich werde Gatt töten. Ich werde... Ich werde... Mach was du willst, Shogo. Mach es einfach weg von mir. Total stumpf. Ja. Und jetzt tut er halt das Falsche. Wer tut das Falsche? Die, ähm... Ich möchte ja nicht spoilern. Du weißt genau, was du jetzt machst. Weil er seinen Vater ja stolz machen möchte. Hm. Nee, er will schnell aus. Dann muss den. Ich sag nur eins. Friedhof. Ach so. Naja. Naja, werden wir gleich sehen. Für die Zuschauer, die werden gleich wissen, was gemeint ist. Mann, geh auf den Weg, Opi. Naja. Oopi. Oh. Nein. Oh. 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 Weil die Fußgänger sind heute ein bisschen oft dringend, die scheinen weggefahren zu werden, so oft wie die Autos rennen. Selbstmordattentierter, die wissen, was heute los ist in der Welt, deswegen machen die das auch. Das sind Alu-Aspra-Züge, die irgendwo rumrennen, die auch Bonken mit den Bunkern bauen. Ja. Das ist total stumpf. Oder ein Keller. Ja, Bunker ist ja auch gleich so ein Keller, das ist ja auch noch so. Nur, dass der Bunker eben gepanzert ist und nicht mehr Mauern wie. Oh, da sind die ganze dumme KIs, Alter. Nee, jetzt kommt das, ach so, okay. Wie kann ich dir helfen? Entschuldigung, du kannst nicht so gehen. Hallo, Sicherheit? Wie geht's? Sie ist tot, du musst wirklich fragen. Warte mal, wer online gekommen ist. Uh, Eis kalt umgeschossen. Sie sehen aus wie Matrix. Wir warten auf dich. Kalt. Wie lange, bis du zurück bist? Doc sagte, ich sollte mich in ein paar Tagen um zu beurteilen. Na ja, du weißt, er sagte nicht, aber du hast die Idee. Zeit, zu gehen? Fuck yeah. Aber das ist ja ne richtige asoziale Mission, glaube ich. Ja, die war richtig asozial. So, was willst du machen? Willst du mich schützen, oder? Willst du das machen? Ich schütz dich. Weil ich hab doppelte Pistolen. Ja. Du denkst du, du kannst meine Crew nehmen? Hahaha. Ich kann aber hier rennen. Ich muss mich verarschen. Ich lade sowieso immer nach, dass du... dass du durch kannst. Ach doch, ich kann rennen. Jetzt erst. Oh, ich hänge immer mit dem Kopf in der Wand drinne. Ja. Er machte die Wand bestimmt. Deswegen wollte er hängen. Achtung, hinter dir! Ja, du musst dich da drum kümmern. Ich kann mich nicht so schnell drehen. Er dreht sich hier in Zeitlupe. Da haben sie sich richtig das Tolles Feines einfallen lassen. So, seit du raus warst, habe ich entschieden, Peirce in charge. Das ist nicht lustig. Dem ist noch, wo musst du hin? Hopp. Bitch! Dann renn mir doch nicht vor der Nase rum, du Deppert. So ehrlich. Ja, ich? Ja. Ich kann dir nicht helfen. Du kannst 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 dir nicht helfen. Ha! Run, du f***er! Achtung, hier. Du hast so einen Pisser irgendwo. Oder kann ich das verlassen? Doch, ich kann dich retten. Wenn, falls du stirbst. Ich dachte, ich kann das auch nicht beenden hier. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, weil ich glaube ich komme hier in Überzahl. Fahrstuhl, komm. Ich komme da nicht rum. Immer ruhig. Wir sind falsch. Wir müssen auf die andere Seite. weiter. Ohi. Hä? Wo bist denn du hin? Ich bin durch den Tunnel, ne durch den Fahrstuhl gegangen. Ja. Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Ich komme da nicht durch. Was ist denn das für eine Doppel-Druck? Warte. Nichts brett. Ich kriege das hier gerade. Ja, wenn ich wirklich nur so nicht vorkommen kann. Warte. Steve, Velocchio. Schöne, wie komm ich da jetzt hin? Keine Ahnung. So. Das ist ja schön und gut, aber ich komme nicht zu dir, weil der Fahrstuhl ja nicht funktioniert. Ich bin so back, ey. Was ist hier so für ein Scheiß passiert? Da geht nicht. Ich muss auf dich warten, oder was? Ach, ist das Scheiße. Das Problem. Ich komme aber hier nicht durch. Ich will mir gerne zeigen, aber ich kann hier nicht... Wir machen nochmal ein Neu, weil er verblutet hier, weil du da oben festhängst. Ja. Neuer Versuch. Nimm du ihn. Warte, wo ist er? Wo nimm ich den denn? Auf Y lang. Ach so. Da müssen wir nicht lang. Ja, jetzt... Ich kann ihn nicht mal nehmen. Ich kann nicht den Y-Pilon drücken. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich muss das machen, oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Wo lang? Hier lang. Ne. Und nachladen. Du brauchst mich, um deinen Bärpang zu verändern? Hör auf. Ich habe mich für diesen Moment erwartet. Du bist mit deiner Frau bald, Gag. Geh, Worm. Ich denke, du liebst. Ja, sie sind halt dämlich. Wir haben hier noch nie ein Gehirn gehabt. Ich komme hier nicht rum. Ist das dein Ernst, oder was? Geht immer noch nie. Wir müssen durchs Treppenhaus, glaube ich. Du musst durchs Treppenhaus, ich nicht. Ich muss durchs Treppenhaus, ich gehe aufs Dach. Oder, von wo schießen die Huren-Söhne überall? Ich muss hier lang, dann da lang, dann da lang. Ich muss dann gleich da sein. Weiter hoch. Ja, ja, du kannst das auch kaputt machen. Du bist so lange umsterblich, bist das Auto kaputt. Das läuft bei dir. So, wo muss ich jetzt sein? Du musst den Helikopter holen, stimmt. Ach, das war das Scheiß, warte mal. Da muss ich auch sein. Das ist so wahr. Eh, noch muss ich den Helikopter holen, was? Ich bin da auf dem Weg. Ich sprinte gerade. Genau. Wo ist der Helikopter? Wo ist der Helikopter? Wo ist der Helikopter? Warte, da fliegt gerade Nini, kommt da runter. Ich bin da. 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 Stirb doch. Ihr ist bestimmt unsterblich. Ach, ein Glück. und ich kann nicht schießen und er kann uns abknallen ja alles klar also ich kann uns schießen, das ist das Problem, aber wenn ich es schnell mache, kommen wir wieder weg ja, ein bisschen einfallen ist vielleicht nicht so was ich weiß schon aber ihr hängt dann fest, dass es angeblich vor auf was anderes, ok? gut wo ist das Ziel? wird da angezeigt, wo du hinfliegen musst willkommen, die Krono willkommen, die Krono ah, ein Glück es ist ein Glück es ist ein Glück, dass ihr mit dem Rakuji es ist ein Glück, dass ihr mit dem Rakuji es ist ein Glück, dass ihr mit dem Rakuji wir gehen, was wir gehen? Mit dem aktuellen Veränderung in der Veränderung, ich dachte, es wäre eine gute Idee, um die Basis zu treffen. Wir bei Ultor verstehen, dass wenn wir mit der Ronin arbeiten, es gibt ein paar Veränderungen, aber es wird ein Krankenhaus zu machen. Ein Krankenhaus ist etwas, was ich selbst nicht kann. Du musst deine Männer unter Kontrolle halten. Mein Englisch muss nicht so gut sein, wie ich dachte. Es war so, wie du mir eine Ordnung hast. Du bist ziemlich astute, Herr Okuji. Ich bin nicht ein 20-somethinger, der bei einem Power Tie ist, Herr Vogel. Ich wünsche dir, dass du nicht zu versuchen, mich zu verabschieden. Herr Okuji, dein Junge und ich haben eine sehr rechtliche Kontrolle. Mein Junge ist ein Idiot, Herr Vogel. Wenn du für die Ronin unterstützt hast, musst du besser bereit sein, zu uns etwas viel mehr Substanzial zu geben. Das wird nicht passieren. Dann wird unser Geschäft beendet. Herr Okuji, ich kann nicht möglicherweise stress, wie ungewöhnlich das... Be silent. Du kannst dich jetzt zeigen. Ich denke, das ist das. Best of luck, gentlemen. Perfekt. Wie ist der? Wie ist der? Wie ist der? Ja. Und ich hoffe, euch hat das gefallen hier und wir machen dann auch hier weiter, wo wir aufgehört haben. Wie ist der? Wie ist der? Wie ist der? Wie ist der?